Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Reis mit Gemüse. Dafür benötigen wir Zucchini, dreieckig geschnitten. Wir brauchen rote Paprika, halb die halbe rote Paprika, die halbe grüne Paprika, Chilischote, nur ein bisschen. Würfel, alles Würfel geschnitten. Ja, und wer auch gelbe Paprika hat, kann natürlich auch gelbe Paprika dazu machen. Wir tun Mama. Fenchel. Ah, stimmt, Fenchel. Auch alles Würfel geschnitten. Würfel, so. Und Karotten, Gerieben und eine Zwiebel. Dann haben wir hier noch Reis, aber das ist ganz normal, das ist Langkornreis. Wir brauchen Paprika, Paprika, schwarze Paprika Puder, Pfeffer, Salz, Sojasauce, Sushi Soße, oder? Teriyaki, Teriyaki Soße, Teriyaki Soße, Teriyaki Soße, ja. Das macht man auch auf Sushi, diese Teriyaki Soße, deshalb habe ich gesagt Sushi Soße. Ja. Jetzt, wir brauchen auch ein bisschen Butter. Butter? Margarine? Margarine, großes Löffel. Ein riesengroßer Löffel. Wir haben Butter, einen großen Löffel, wir schmelzen es gerade mit der Zwiebel. Wir tun unser Fenchel rein. Danke für eure süßen Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Jetzt tun wir unsere Karotten rein. Jetzt machen wir weiter. Ja, jetzt machen wir weiter. Können wir die Soßen zu rein machen? Die was? Soßen. Was ist Soßen? Teriyaki. Ja, nachher. Darauf freue ich mich. Noch das. Ähm. Zucchini. 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 Mama hat gerade Zucchini gesagt. Wir lassen das jetzt so lange kochen, aber wir machen kein Wasser dazu. Noch nicht. Nein. Jetzt tun wir Salz dazu. Verrück. Verrück. Wenn ihr bei eurem Kommentar dazu schreibt, Hashtag Unicorn, dann werdet ihr bei irgendeinem Video gegrüßt. Wir haben das jetzt gekocht, unser Reis mit ein bisschen Safran, deshalb ist es so, naja, gelb. Mhm. Und unser Gemüse haben wir auch gekocht. Das ist fertig. Ja, normalerweise ist fertig. Noch ein bisschen mit dem Reis. Mhm. Kochen lassen? Ja, ein bisschen. Oh. Jetzt tun wir die Sojasauce, ein kurzer Löffel rein. Mhm. Und danach die, äh, Trekiyaki. Teriaki. Teriaki. Du Wumpf. Teriaki. 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 Teriaki-Sauce. So. Und. Ihr seid bereit. Jetzt noch ein bisschen. Zwei oder. Er wird leider sterben. Mhm. Zwei oder drei Minuten kochen lassen. Und dann. Und umrühren. Und dann. Umrühren tut Mama. Umrühren. Ich habe immer so viel Spaß mit euch zu sein. Und, ähm, jetzt ist es zu Ende. Ihr Lieben, das war's wieder. Ich hasse es immer, wenn der Video zu Ende ist. Aber, das ist jetzt unser Mittagsessen. Wir haben uns so einen Reis, den wir gerade zusammen gemacht haben. Ähm, Salat dazu. Und Fisch dazu. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr abonniert. Und dann nach oben da lasst. Und nachmachen. Ja, und nachmacht. Und, ähm, die Glocke aktiviert. Und einen Kommentar da lasst. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Igual Abbthen. An irg. Liebe 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 Vielen Dank.